Wir wollen jetzt eine Kampagne starten, wo ich zu euch in die Betriebe komme und einen halben Tag mit euch gemeinsam arbeiten werde, um dann diese Anliegen und diese Probleme mitnehmen kann und bei Kollektivvertragsverhandlungen oder eventuell bei Kammeranträgen, die es dann für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer am besten umsetzen kann. So, das war jetzt ein ganz tolles Erlebnis, mit den jungen Leuten ein bisschen mitzuarbeiten und wenn von euch jetzt der Wunsch besteht, dass sie zu euch in den Betrieb kommen, dann meldet ihr euch und ich würde ganz gerne auch bei euch ein bisschen mitarbeiten.